In der Welt der Promis sind sie oft beliebt, Beauty-OPS. Wenn man jeden Tag im Spiegel nach Makeln sucht, wird man immer wieder fündig werden und einige Stars und Sternchen greifen dabei gerne zum Messer. Schönheitsideale sind und waren schon immer weit verbreitet und insbesondere Personen des öffentlichen Lebens haben zunehmend das Gefühl, genauso erging es auch Beatrice Egli einst. In ihrem Podcast Egli Extrem, zuletzt mit Gästin Sarah Engels, offenbarte die Schlagersängerin, dass ihre größere Oberweite sie früher gestört hat, sodass sie gar über eine Brust-OP nachgedacht hat. Ich hatte als Teenie so früh ganz große. Und das war für mich voll die Belastung und ich dachte, ich muss die Kleine machen. Letzten Endes hat sich die hübsche Schweizerin aber dagegen entschieden, was sie heute sehr glücklich macht. Für Beatrice steht nämlich die Selbstliebe an erster Stelle, für mich ist es etwas ganz Essentielles, dass ich mich so lieben kann, wie ich bin. Und genau deshalb kommt eine Beauty-OP, in welcher Form auch immer, für die 35-Jährige nicht in Frage. Jeder Eingriff im Körper wäre ein Nein zu mir, zu meinem Sein. Mich nicht so zu lieben, wie Beatrice Egli liebt sich so, wie sie ist und ist damit für ihre vielen Tausenden von Fans ein echtes Vorbild. Dennoch möchte sie auch nicht den falschen Anschein erwecken, als wäre sie mit jedem Detail ihres Körpers zufrieden, wie sie in ihrem Podcast Egli extrem erklärte, natürlich gucken wir uns nicht jeden Tag an und sagen, ich bin die schönste. Auch die Chartstürmerin hat ab und zu mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Diese verschlimmern sich, wenn dann noch böse Worte aus dem Netz dazukommen. Immun ist Egli gegen jenen nicht. Es gibt Kommentare, die treffen dich einfach und es tut insbesondere über ihr Gewicht musste Bea sich in der Vergangenheit widerliche Kommentare anhören. Doch mit den Jahren ist ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstliebe so gewachsen, dass sie mit solchen Aussagen besser zurechtkommt. Schließlich ist das Wichtigste, dass sie sich in ihrer eigenen Haut wohlfühlen.